Diese Sendung funktioniert anders, Herr Kottré. Nein, das geht nicht. Und dann können wir da... Nützt nichts, wenn wir uns alle die ganze Zeit unterbrechen. Entschuldigung, ganz kurz, Zeilinger, Zeilinger, Herr Kottré, bitte. Und ich weiß nicht, ich bin mir stehen lassen. Und das ist doch Quatsch. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt. Herr Kottré, Herr Kottré, bitte, ganz kurz. Stopp mal, sonst wird das hier so. Stopp, Moment, Moment, Moment. Jetzt kommen wir aber gerade zu. Es kommen doch die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Das kann man doch so nicht machen. Unsere Daten beginnen, oder die Tisches, signifikante Trends nennen anhand... Leute wie Sie, und nochmals, es hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun, Herr Kott. Das geht so nicht. Sie, Sie... Kurz korrigieren, ich sage... Nicht, stimmt natürlich nicht. Doch. Nein. Doch. Das ist Fakt. Ja. Okay. Weil... Nein, stopp. Nein, stopp. Es ist eine Sicherheitskonferenz, wie hier die NATO gesehen. Ganz kurz, ganz kurz, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch gleich fertig. Ganz kurz. Das ist zur Fahrt, also wenn die USA sagt, wir wollen... Okay. Okay. Ein bisschen ratlos. Ähm... ...